Hallo und herzlich willkommen zum Input Video Ratenkredit und Darlehen der Kompetenz Prozente und Zinsen R9. Heute wirst du lernen, was der Unterschied zwischen einem Ratenkredit und einem Darlehen ist. Fangen wir an mit dem Ratenkredit. Der Ratenkredit ist ein Kleinkredit bis 50.000 Euro, also zum Beispiel ein Auto. Ein Ratenkredit wird immer monatlich in gleichbleibenden Raten abbezahlt und somit wird auch der Zinssatz pro Monat angegeben. In der Regel verlangt die Bank bei einem Ratenkredit eine Bearbeitungsgebühr. Hier ein Beispiel. Gustav möchte sich ein Auto für 30.000 Euro kaufen. Seine Bank bietet ihm ein Angebot mit einem monatlichen Zinssatz von 0,36% und einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von 4% an. Ein Darlehen ist ein Kredit über 50.000 Euro. Hier wird der Zinssatz pro Jahr angegeben und die Bank verlangt keine Bearbeitungsgebühr. Beispiel. Gustav möchte sich ein Ferienhaus für 100.000 Euro kaufen. Und hier nochmal den Ratenkredit und das Darlehen im Überblick. Der Ratenkredit ist ein Kleinkredit unter 50.000 Euro und das Darlehen ist ein Kredit über 50.000 Euro. Beim Ratenkredit wird der Zinssatz pro Monat angegeben, beim Darlehen immer pro Jahr. Beim Ratenkredit verlangt die Bank eine Bearbeitungsgebühr, beim Darlehen nicht. Das war's mit dem Input-Video. Viel Spaß beim Lernen.